So, dann sind wir in der nächsten Folge Battlestar Galactica Deadlock Ich habe hier schon unsere Storyflotte mal nach hier oben gebracht Die ist aus zwei Jupiter Drei von den Herakles Kanonenschiffen Und eine Janos Sind, boah Mal gucken, ob das in Ordnung ist Hier haben wir noch Jupiter Das ist noch die Galactica Und so ein bisschen was Dann haben wir hier noch so veraltete Schiffe Und hier ist auch noch Minerva Können wir eigentlich mal Wir haben ja keine Totenkummer Ich hoffe, wenn der Sprung jetzt was kostet Du wirst zum Missionsgebiet springen Ja, Ausnahme Ja, Ausnahme Ja, Ausnahme Und Cain denied the request, right? We have bigger concerns than some lost royals who want their hands held. No, no, she did not. The Prince has been our most influential negotiator and ally with the Quorum. Colonial Fleet probably wouldn't even be flying without his help. We're to meet the royal transport at the muster coordinates and escort them safely to Aralon. Now, if anyone has issues with their orders, I suggest you go take it up with Admiral Cain and not the friendly signals officer just trying to do her job. Ja, das hatten wir schon. Müssen wir das ja auch haben. Ich glaube, Lachesis didn't kill you on sight. Shame. Would have been one less complication to deal with. Alright, so what are its terms of negotiation? Lachesis is willing to negotiate a one-year ceasefire. The Cylon people will be granted Republic borders of which neither Federal nor Colony forces can cross. So it wants land to fester in. Embassies, then. A system. Helios Alpha. In its entirety. What the? This is obscene! You demand a third of the colonies? No, Admiral. I'm offering you the chance to keep two thirds of your home. Lachesis will not wait long. For the well-being of your people, you must consider their offer. Detected a base star group, sir. So, Mission 7. Politisches Kapital. Habe ich mir das letzte Mal falsch gemacht. Ich glaube, die Texte hatten wir schon in der letzten Folge uns angehört. Ich will nochmal kurz wieder auffrischen. Ist ja nicht so Sache oder kann ich schaden. So, dann mal gucken. Wir haben jetzt eine neue Aufstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob zwei Jupiter-Klassen plus den Kanonenschiff und eine Janus so gut ist. Aber dadurch, dass Janus so eine Art overpowered des Raketenschiffes ist. Ein Atlas? Janus. Ja, wirklich ein Friedhof. Gut, wir machen das so. Wir stellen uns ziemlich mittig hin. Janus in die Mitte. Und die Kanonenschiffe dann vorne und hin. So. Ich würde gerne MK2 Viper haben. Und Tag Raptor. Raketen, Raketen. Und eine Nuke. Ja, ne, wir eine Nuke. Und dann springen wir mal rein. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Ich weiß es ja nicht. Wird es gerne wissen. Kann aber nicht. Oder weiß es einfach noch nicht. Ich bin bereit, in 3, 2, 1. Jump complete. Ich habe eine positive Identifikation auf den Escort-Objektiv. Ich danke Ihnen wieder, Lucinda. Sie verstehen, wie wichtig meine Familie ist, ist zu mir. Vergon hat sich ein sehr und loyaler Alli von der Kolonial-Fleet, Herr Hines. Wir werden sie sicherlich sehen, zu Erelon. Kenn ich uns auch ausgenutzt eigentlich, damit er das kriegt, was er will? Ich habe noch gar nicht geguckt, was ist denn eure Türme? Okay. So. Ich würde die gerne so versetzt haben. Und ich würde gerne Viper gestartet haben. Hallo, ich habe Kontrolle über das Schiff. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. An diese Art Schiff kann ich mich tatsächlich nicht erinnern aus der Serie. Ja, das Shuttle. So ein. So. Und zu den Großen. Ich hoffe, dieses Schiff haut rein. Also es wird gesagt, dass die Herakles extrem gut sein soll. Ja, das. All of these dead ships gathered in the one place. Es fühlt sich disrespectful zu bequem around. Wie, playing in a cemetery. Sinnen würde es lieb. Ich bin nicht sicher, warum Sie es als ein Evacuation Punkt für Ihre Royal Fingerheads, though. Convenience. Most Menschen würde es vergessen, es gibt. Und die, die ich erinnern, sind eine Generation, die nicht bemerkt, die dead. Även zu finden. Ehrlich gesagt, das sind ja alles relativ ja, Herakles ausrangiert Wir sind hier im Krieg Die nimmst du einfach wieder mit in den Dienst wenn man in dem Zylo-Krieg ist Ich verstehe Oder schlachtest wenigstens aus aber lässt dich nicht einfach hier so liegen Die nimmst du, außer mit deiner Flotte wieder auf Janus Schiffe hier Atlas hier Ja gut, die Manticore, die kann welche Aber hier, Herakles Was? Was soll hier gleich noch passieren? Heilige Scheiße Ähm, mein extrem scheißteures Schiff Bekommt mir hier gerade viel zu viel Damage So, okay, ähm Schützen Von beiden Kampfsternen Will ich schnell eins Was hier beschütten Oder will ich schnell noch Schützen Das hier Das ist viel zu teuer, als dass ich das jetzt hier verliere Missile tubes prepped Missile tubes prepped Launching raptors Wenn man die Attackrafter Ja, Sir Beiden hier Missiles on their way Salve Missiles incoming Jetzt sollte die Flak wieder auswahl Früher war es so, dass man seine eigene Herakles is taking damage Jetzt kommt er noch rein Das ist gerade absolut nicht gut für mich Hier sind die Cylons Dreadis-Kontakt Hostile in closing distance Ich habe ein Problem Hier kommt einfach schön weiter in unsere Richtung Mehr überlegen muss Wie kriege ich dieses Erleben Ich würde mich gerne verlieren Rechts schaden Ich werde es mal die Flak ausmachen Oh mein Gott This is a dereliction of your duty, Lucinda We are here to defend all people Not the select few to whom we owe favors Oh, grow up, Jubal We would have been grounded months ago without Stefan Colonial Fleet would have been just one more abortive attempt between bickering children Can you not hear yourself? You bemoan the politics of your job But here you are Playing right into them You've never lifted your head high enough to see how deep In the mire you've sunk Stand down now, Admiral I have been fighting this war from every side Against the Cylons Against the Quorum Against headhunters like you I am the only one holding this rotted dysfunction together And I will not argue my worth in front of you or my crew You do not have my job, Jubal You were too busy throwing yourself into enemy hands for no good damn reason I had to pick up the pieces left over from Pycon My people had to save you and your Battlestar You are reckless You are short-sighted And you are not better than me Now get off my deck System repair is underway Waffenkammer ist Schrott Ah, das nicht So say we all Für feindliche Schiffe So say we all Ohne Waffenkammer keine Flak Squadron has gone dark IFF confirms unit is hostile Okay, wird Zeit, dass wir die hier versuchen Abzuziehen So, Attack Raptor, Ziel auswählen Ich habe keine Ahnung, wie wir das gegen die noch machen sollen Die Schiffe haben wenig Panzerung Ich habe nur gelesen mal, dass die extrem gut sein sollen Was ist das hier? Squad verursacht erheblichen Schaden an Geschmadern Ich habe nur gelesen, dass die eigentlich relativ gut sein sollen Kann ich mich gerade ganz überzeugen Missile tubes prepped Behalten wir natürlich Und das war's mit ihr Das heißt, der Kampfstelle muss jetzt alleine hier sich um die kümmern Bevor wir die Attack Raptor komplett wasten Sollen sie auf jeden Fall Missile on their way Abfeuern Was ist das geringste Problem? Yes, Commander Yes, Commander Diese Flotte muss auf jeden Fall aufgerüstet Die haben nicht Die haben In Ordnung für Panzerung Ich bin mir nur nicht sicher, wie sehr ihre Feuerkraft ist Also ich würde sagen, die haben eine hohe Feuerkraft, aber nicht So geile Missile is incoming Ah Hat sie ihn Wir haben das Shuttle verloren Okay, ich verstehe Wir haben das Shuttle verloren Wir haben eine neue Mission, Commander So Licht transferieren wir hier hin Wenn wir das nicht normal machen müssen, speichern wir hier einfach Und Bringt zur Mission Diesmal wissen wir ja, was kommt Diesmal werden wir ein bisschen anders das aufbauen Ähm Werden die Jupiter denn Kontal reinschicken Als Hauptschiffe Interessant ist, dass sie aber auch flachsam Herkules Gefällt mir Schienen Die Jupiter in so einem Setup ist das gleiche Dann Mal Schaffen wir es Eigentlich wollte ich gerne zwei Missionen in dieser Folge wieder machen Lassen wir mal gucken Ob wir das Hinkriegen Genau Wann kann ich das hier überspringen? Kann ich glaube ich nicht überspringen Aber die Cutscene So Jetzt habe ich die MK1 Vipers nur dabei Und nur ein normales Webdage-Schwader Verdammt Ah ja, ich brauche ne Klicker und so klappen nicht immer Aber Ja, das ist Keines Problem So Ihr solltet vielleicht nicht so weit Nach vorne Hoppla Mal schön in der Nähe der Kampfsterne bleiben Die sollten natürlich ein Stück weiter nach vorne So Dann hauen wir es raus Dann werden wir die MK1 wahrscheinlich für die Entfeindigung Würfe es nehmen schon mal Deswegen soll er mit sitzen Ja und dann machen wir das mal hier weiter Was man natürlich jetzt schon mal machen konnte Ich weiß ja nicht, ob das Hilft Die haben ja mit Raketen Angefangen auf uns zu schießen Die MK2 Viper werden erstmal Janos schützen Er hat ja keine Flack Theoretisch sollten wir unsere eigenen Flugzeuge nicht mit unserer Flack treffen Aber Kann man passieren, ne? All of these dead ships gathered in the wind Yes, sir Weiter Wir müssen jetzt ja auch jeden Moment Der Hinterhalt starten Triggerzone detect Wow Hostile Aktivität kommt von inside the graveyard I don't see any new Dreadis marks Frack, it's the dead ships Silence are hacking the wreckages and taking remote control of their systems Send out fighter screens Protect the vergon transport at all costs Ja, der ist ja schon dabei Zu werden Wir fangen jetzt erstmal an Ich glaube Raketen haben wir da nicht so durchbekommen Deswegen werden wir mit voller Feuerkraft versuchen Meindliche Schiffe erstmal gezielt Anzugreifen Nicht die Daten Hast du es nach vorne Oder das Weiter Gefährdest Weiter Ohne dass sie durch die Flack getroffen werden Dann wird gleich sehen Weil wenn er die jetzt auf der Seite abschießt wo die Flack ist Dann werden wir unsere eigenen Raketen abfangen Jupiter is taking damage Hallihallo Heile uns Das heißt wir können hier sein Naja hier durch diesen Schutt sollten wir auf jeden Fall nicht Wenn er nicht flüchtig Wenn er nicht flüchtet Das heißt Flackabbruch Flackabbruch Understood Geht das Feuer nach dort Wird hier auch gleich bekämpft Ja ich würde gerne auch Den Kampfständer rausholen Weil du bekommst Schaden Von links Auf der linken Seite noch Fand ich Ich glaube nicht So say we all Yes sir Yes sir Du machst auch mal ganz kurz Gezieltes Feuer da rauf Bitte Soll es eigentlich dich Understood So die Missungen werden schwerer Missiles incoming Jupiter is taking damage Das ist ne Nuke Das ist ne Nuke Das ist ne Nuke Yes sir Der fliegt weiter Aber Ja Helft denn hier aus Geht so nicht weiter Warte Flack 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 Oh Warte Jetzt hab ich abgefangen Okay Dann machen wir jetzt wohl ernst Runter Raketensalve Aber erstmal Flack abbrechen Verteilen mal ein bisschen So die Raketensalven Und da auch Raketensalven Und erstmal Flack wieder abbrechen Der fliegt einfach weiter weg So say we all Osti da weg Ja die Jupiter Jupiter tanken ganz gut Aber wir sind jetzt auch schon wieder von oben beschädigt So und die Nuke kommen wir da rauf Ja was ist da hinten ist Die Nuke kommt da Geht es vorher nach da von mir aus Jupiter ist taking damage Und wir verlieren das Shuttle So ich denke mal Es sieht jetzt nicht Rosig für uns aus Jupiter ist taking damage Aber ich Glaub wir schaffen das Und ich akzeptiere Ich akzeptiere auch den Verlust einer Jupiter Wenn es sein muss Ich akzeptiere den Verlust dieser Jupiter Wofür kann ich sagen Sofern es denn diese Mission klappt Dann werde ich eine neue bauen Dann ist es so Das Flaggschiff Wenn es das Flaggschiff wäre Würde ich mir andere Gedanken darüber machen Weil das wäre kritischer Ich glaube dass unsere Geschwader hier gegen die Zulone eine Chance haben Eigentlich sollten unsere Geschwader besser sein Janus is taking damage We've lost the Jupiter sir Ist okay Wir verlieren auch die Janus Okay hier nach müssen wir Wunden lecken Und äh Ganze Flotte hier für diese hier wieder aufbauen Ich hab schon gemerkt Also die Hauen Doch sehr rein Noch Raider Ja Ich kann sagen Äh Die Miracles Hauen extrem rein Vom Schaden her Also ich weiß schon Warum die Gut sind Okay was Was müssen wir jetzt noch fragen Vernichten Wo sind noch Zulonische Schiffe Noch das hier vorne ist Übel Das ist alles sozusagen Vernichtet worden Mein Zivilgriff hier Viper jetzt aber nicht drauf gehen Ist alles gut Alles was noch über ist Ist die ausrangierte Janus Wie man sieht Alles first try Natürlich Yes sir So dann Komm Geh kaputt Ne Komm schon Jupiter Treff Damit hat Tatsächlich Jupiter verloren Ja Aber zum Glück Ist ja noch Ein im Bau Ne Die hat aber auch Ausgehalten Die Konchu Missiles Kommt Mach kaputt All marks are dark, the Virgon Royals are safe for the Cylons and their own ships. Commander, please pass on my sincerest thanks to Admiral Kane. Virgon will find a way to repay this debt, somehow. How about we start with a review of your decommissioning program? Delisted ships should not have that much ammunition still belted up. Lena, now might not be the time for joking around. That wasn't a joke. Right, right, sure. Everyone's tense because the bosses are fighting. This is probably a fine time for us to see the deck for a little while, Commander. The here are very well, I must say. Also, we will have to do this again. We will have to do this. Fertig. Kommunikationssturm. Okay, and we must we... ... ... ... ... ... ... ... ... lecken. Was haben wir hier? Beführungsverordnung, was für eine Flotte haben wir hier? Vielleicht können wir es mit der versuchen. Denn reichern wir mal kurz hier zusammen. Jetzt hören wir uns erstmal das an und danach die mit uns beschreiben. Das ist nicht so wie wir sprechen. Ich bin dein CO. Ich werde nur meine Quarters gehen. Du bist auch ein Mensch, Admiral. At least, ich glaube, du bist. Wir sind in reale Probleme, wenn die Cylons ever entscheiden, sie wollen wir wie uns. Anyway, wenn war die letzte Mal du tatsächlich gesprochen hast mit jemandem? You know, confided in sie, face-to-face? Whoa, maybe we should check your blood for motor oil. I last talked with my boys three years ago. Five years again before that. My beautiful boys. That's a long time to go without family. It's better for them this way. They thrive without me. Jerome has his art. Elias has his family. You're a grandmother. Little Helena Kane. I've only seen pictures, but I'm told she's a handful already. Sondra's pregnant with another. Due in two months. They've given her my name. It's an old Minoan tradition. They're on Tauron. Just like my family. That is, Sam's family. I don't think I've ever heard the Praetor talk about herself. And I've already said too much. Sam's absence is necessary. I used to think like that too. There are times I think I've made a career of being absent. Don't don't let her slip by, Helena. They don't come back easy once they're gone. Schönes Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Schönes Gespräch. Aber auch irgendwie traurig. Können wir hier mal rein. Commander, it's finally happened. President Russo has pulled rank on Cain. We're to establish Daedalus as Colonial HQ in Helios Alpha under his supervision. He's meeting us at Tauron to personally sign off on the operational change. That is a terrible idea. Who advised him on this? More importantly, when does he get there? He's already left Libran with a combination fleet of Leonid and Aralyn escorts. We're to sweep and prepare the LZ at Tauron and receive the president immediately upon arrival. We have to make him reconsider. I can be on a raptor in four minutes. I'll reason with him. We serve at the pleasure of the quorum. If the commander-in-chief wants to oversee operations from Daedalus, we will comply, no matter how ill-advised their decisions may be. I would like to take the two. Yes. I'll just make a little a small plot for the Daedalus. I'll just say it's true. There are three here that's pretty. Okay, then we'll move on with Daedalus. Therein. You will save Pycon and save. There's a small plot actually but then there are 20 types. So, and there we're now at the next mission with Daedalus and Galactica. Mal sehen, was jetzt so schön es auf uns zukommen mag während dieser Mission. Und dann war's das dann auch für die von Battlestar. Ob das diesmal wieder ein Disaster wird oder nicht. Attack Raptor. K2 Viper Nukes. Das ist ordentlich was. Wait, 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 das ist die Galactica. Machen wir das so. Und spring mal in die Action rein, aber einfach nur alles vernichten, dass es das ist. Ich glaube, da muss noch mehr kommen, weil sonst wäre es ein ziemlich einfaches Missionchen. Jump complete. Cylon Marks are present at the LZ. No sign yet of Quorum 1. Commander, clean out the Cylon Force as efficiently as you can. I don't want the President jumping into a hostile situation, but let's avoid needless casualties as well. Ja klar, Verluste vermeiden. Aber säubern. Gut, dann raus mit dem Fliegerchen. Und wir warten ab. Mal sehen, was da an Cylon auf uns zukommt. Sicher ist sicher, sicher, runter, hoch, 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 runter. Gut, wir haben mehrere Nux noch dabei, das ist ja auch nicht schlecht für uns. Uff, die wurden gekreuzfeuert, aber ganz schön hart. Irgendwas wird uns von der Seite flankieren. Ja, Sir. Das lasse ich aber nicht zuläufe, krummert sich die Ahnung aus. Insofern hat die ja Nux dabei, wenn es hart auf hart kommt. Gut, das heißt, Lenkraketen dahin, das gleiche für dich, so schnell wie es geht, loswerden. Unterstützt die auch mal eben. Und die Attack-Raptor, wir wissen, was das da ist. Die Attack-Raptor werden beschützt von einer Viper-Gruppe. Nemesis, Nemesis noch für das. Solange das nur so kleine Schiffe sind, wird später noch mehr kommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wart mir nicht, dass ich mich da jetzt rumkomme. Okay, ich muss mich da rumkümmern, okay. Das heißt aber, ihr habt ganz okaye Schiffe, bis auf die Baurusse. Ich denke, das hier kriegen wir auch ohne die hin. Dann treten Feuer. Bringen sie weiterfliegen. Ah, das ist eine Phobos, okay. Oh, das wird die Minerva ganz schön wehtun. Das ist ridiculous. Das ist nicht für Russo zu kommen hier selbst. Ich meine, das ist ein ziemlich decent escort er hat mit ihm. Es würde ein guter von Cylons zu bother sie, sogar hier auf der battlefield. Es ist theatrisch. jetzt jetzt weiß ich gar nicht, was das passiert ist. Ich drehe euch mit einem Jepang rauf. die problematik hier an max die da ist ja da vorne auch verjagt hatte flotte hat er auf jeden fall schützen auf jeden fall was we've been set up tell all units to engage the escort fleet as hostile admiral just wait a moment we can't see the whole picture yet those are still allied colony ships they just killed the president what else do we do jump away no if we are going to be framed that would only further fuel the accusations against us we stay and fight on both fronts more if we have to we are still a colonial fleet so say we all kampfsterne umlenken yes commander navigation reparieren steht das feuer darauf heiligös missel tipps brett ähm da los weibers war da eins dahin eins dahin das ist schlecht ich weiß wie gefährlich die sind wir haben ja natürlich keine schiffe die grundlegende defensive oder den abfang kummern können minerva ist taking damage was nicht richtig da oben mir aber bekommt schaden ich glaube ich habe da eben kurz Peter muss auf jeden Fall nach dort und dort Okay, die haben Flak Wenn die sich jetzt erweitern und die Richtung drehen, dann trifft die New Nein, der Fels ist im Weg Ja, Commander, Missile sind auf der Weg Heute hätte ich nicht gerechnet Kaputt Das Web da, Geschwader, bitte Da hin Feuerkontrollsysteme Nee, auch in Ordnung Ja, Commander Haben die einfach den Präsidenten erledigt Das kann ich nicht glauben, der Präsident ist tot Den haben die einfach so erledigt Gut, wir haben noch eine zweite Nuke Dann war es das mit der Minotaurus Das ist, glaube ich Red Sir, da ist ein Flash broadcast Frackers Backstabbing Frackers Vor allem Helios Alpha ist das nicht das, wo Caprica und Co sind Also so die wirtschaftlichen und finanziellen stärksten Staaten Auch mit der größten Bevölkerung Kleine dreckige Aräter Anders kann ich es nicht betiteln Versuch dein Glück Versuch dein Glück Wenn wir hier Ordentlichen Schiffen ankommen haben Die noch kleinen Billigschiffe, die ich schon längst versuche auszumustern Klingt blöd, wenn ich das so sage, aber Technik und Waffenkontrolle Ah, nee, Waffenkontrolle ist noch vorhanden Waffenkammer ist nur beschädigt Das ist in Ordnung Die Chance, dass wir hier geändert werden Ist gering Ein Leben noch Gehen wir hier hin So Ah, der hat die Flagge aktiviert Du kannst einfach dich drehen Das solltest du schaffen Das ist vernichtet Das heißt, du drehst jetzt auch Minerva zu verlieren ist nicht so schlimm Janus wäre schlimm Dagegen können wir aber nicht viel machen Deswegen drehen wir ab Also die können wir auch neu bauen Ist halt ein harter Verlust Aber Ich hab auch Das Problem Ich glaub Die nehmen uns auseinander Aber die jetzt gefokust Auf uns feuern Fokussiert auf uns feuern Weiß nämlich Wir werden Nicht fokussiert Versuchen wegzunehmen Techweb da Da Jetzt müssen wir versuchen Die Feuer wegzunehmen Bevor die uns wegnehmen Das kann eine Nukes Ja Ich dachte wirklich Ich dachte ich mache Rudi Die Lohn fertig Die zweite Minerva Kriegt auch mehr Schaden Als sie sollte Geht ganz schlecht aus Kontrollsysteme sind offline Minerva ist taking damage Minerva down Okay Jetzt ist die Galaktik alleine Alter Falter Ich hab die Nukes verschwendet Teilweise weil ich dachte Wir wollen das schnell Für die Koloniale Flotte Uns fertig machen Aber Pustelkuchen Aber Pustelkuchen Wir wollen es ja nicht mehr Für die fertig machen Wir müssen mal ein bisschen Darum jetzt kümmern Jupiter ist taking damage Minerva ist taking damage Minerva down Na ja wir verlieren Ich glaube nicht dass wir noch eine Chance haben Wir könnten unseren Arsch zeigen Der ist noch gut gepanzert Mal bei abdrehen Hätten wir noch eine Nuke bei der Jupiter Jupiter ist taking damage So das war's So wir sind jetzt am gleichen Punkt wie eben Ich hab die Cylon ausgeschaltet Wir haben schon eine Minotaurus besiegt Es sieht trotzdem nicht Also es sieht besser aus Dennoch kriegen wir hier gut Schaden Und äh ja Ich hab meine Flotte Tatsächlich nicht aufgesplittet Auch wenn's so aussieht Die Hälfte der Cylon ist oben langgegangen Der andere unten lang Den hab ich mir so gedacht Passe ich einfach meine Flotte an Und da ist meine Nuke schon wieder An einem Stein abgeprallt Glaub's nicht Sir There's a flash broadcast on public emergency channels It sounds like a pre-recorded press conference Wird das schon? And we have a reason? Ja Haben wir schon Gut dann haust du da trotzdem nochmal deine Raketen rein Du auch Ich will die weg haben Die haben wir mit der Nuke erwischt Ich will das Hier einfach mal nach da oben fliegt So ja Ihr beide Kommt ja langsam hier in die Richtung Gut Die Tusse Die da ja diese Pressekonferenz gemacht hat Die ist ja Direkt mit dem Print Nehm mit dem Print Mit den Mit den Bionin doch auch schon Irgendwie so ein bisschen Im Drama gewesen Quasi sozusagen Die stellvertretende Tusse von den Bionin Wenn ja Ist ja klar Warum sie ihn ausgeschaltet hat Wollt das für sich haben Der wird jetzt von zwei Seiten beballert Das ist heftig Yes Sir Geht nach dort feuern Ramps gezielt Ihnen Visier Ramps gezielt Ihrem Visier So Raketen hat noch keiner von euch Nicht so runde haben wir Bei dir und bei Bei dir Okay Das heißt Die müssen wir jetzt schnell Down kriegen Und du wirst Einfach all deine Raketen Frontal Reinhauen Und ihr werdet ja noch ein bisschen warten Und ihr kommt zwar nach Aber Das dauert auch noch einen Moment Bis ihr da seid Gut Das heißt wir machen weiter Kommt Niemand wird irgendwo reinfliegen Minerva is taking damage Perfekt Wir können uns ganz auf Die hier konzentrieren Wir können zwar ein paar Raketen Abfangen Aber nicht alle Das war's dann Wir haben gewonnen So alle Viper greifen die an Hier Herakles Herakles Ja komm Ist besiegt Mal gucken was jetzt kommt All marks All marks are All marks are down We're done Alone I mean There's only friendlies On the board Lena Lena It's okay Come on We've still got work to do Get some raptors together To go sweep Whatever's left of Quorum 1 If we want to figure out What the frack's going on We're gonna need Every scrap of information We can find Right Yeah Right That makes sense Kane will have a plan She'll know What to do next She'll Yeah She'll come up with something Her and Sarkis They'll figure it out Ganz ehrlich Ich glaub das wird heftig Der Zwölfer Wenn da Wenn da der gesamte Zwölfer Rat da drin war Dann haben wir ein Problem Vor allem wenn Versucht wird Der Kolonien Den Kolonialen Flotte In die Schuhe zu schieben Dann haben wir Ein gigantisches Problem Moralische Pflicht Und was haben wir hier Gerne wieder zurückspringen lassen Aber erstmal will ich euch In Sicherheit springen lassen Bei einer anderen Flotte Und davor werden wir uns Jetzt erstmal Was ist das? Caprica Okay Erstmal hören wir uns Moralische Pflicht an Yes Was haben wir in on It all along Das ist die only Way they could Have done a black op Of this scale So quickly I was not involved Prater And it was not quick Do you know how long It takes for a broadcast transmission To reach Helios Alpha From Canceron Of course I don't 1,413 hours Assuming perihelion And relays Are set to zero loss Throughput Indeed Admittedly That is too long For Minister Wunutu To maintain operational Security from Daedalos A more viable Minimum Delta Of 48 hours Is possible Using a relay Just outside of Helios Alpha What's your point Klothos Colonial Fleet's betrayal Was architected Well before President Russo Had left Libran So What do we do now Our moral duty Lieutenant It seems we No It is evident I had forgotten that Colonial Fleet Was created To protect Our people That hasn't changed We fight for those The Kobol Alliance Has left behind This is a war We can no longer win Maybe we never Were going to win But we can still Help those Who can't defend Themselves And in doing so We leave a fire To guide anyone Who follows after us Okay Keine positiven Einstellungen Wir hören aber Trotzdem nochmal Hier rein Und das werden wir In der nächsten Folge nochmal Machen Weil ich möchte Gerne wissen Was uns erwartet It's started Commander Lachesis is rerouting All of its forces To Helios Alpha Pycon is already At breaking point And Geminon Was ready to roll over The moment When New Two Signed the treaty The Cylons Are using Geminon As a staging ground To strike at Caprica They've got orbital Nukes to clear Any fortification The army makes And shock troops To smash through Whatever's left over Keine wants us To intercept the strikes On Caprica City The largest population Risk on the planet Both her and Sarkis Are coordinating With ground forces To mount the evacuation plan Hopefully we can Keep the city together Long enough For the civilians To get out Sam and Admiral Sarkis Have already transferred To Galactica They both wanted To be on the front line For this Between you and me It makes sense To keep Sarkis And Cain separated In case of a Decapitation strike I mean Cain is trying to fix This situation Commander She's got our people's Best interests at heart We're in the right place Even if it might not Feel like it Okay Das ist heftig Also theoretisch Helios Alpha Gehört jetzt ja Sozusagen den Kulon Äh Kulon Dafür ist der Rest Wie ich mitbekommen hab Jetzt ja sauber Wie ich mitbekommen hab Und Schräger Wie ich mitbekommen hab